Moin Leute, war wieder beim Friseur und wir haben am 12-Stunden-Stream nicht nur den weißen Wolf freigeschalten, sondern erstmal natürlich vielen, vielen Dank, dass euch die letzte Runde so gefallen hat im YouTube-Video. Aber jetzt finale Stufe von Kamedi, Kaledi, Midi. Viel Spaß, ne? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch der Skin gefällt, einfach vom Optischen. Natürlich gibt es da noch verschiedene Farben, die wir im Laufe der Zeit freischalten. Und jetzt fehlt uns nur noch der letzte Wolf, da bin ich auch gespannt, wie der im Gameplay aussieht. Und schaut gerne auf Twitch vorbei, da werde ich wahrscheinlich jetzt live sein. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video, danke für die Likes, danke für die Kommentare. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für eine neue Fortnite-Legende haben wollt. Will als nächstes Video wieder eine Fortnite-Legende machen. Grüß aufs Auge. Danke, ja, natürlich. Vielen, vielen Dank. Auf jeden. Für immer zweieinhalbtausend Zuschauer, dreitausend Zuschauer. Jedes Mal, wenn wir einen Zwölfer machen. Ist echt stabil. Danke an jeden Einzelnen. Willst du dich bereit machen für UFC 229? Was soll ich denn vorher machen, Bro? Es geht in sechs Stunden los. Soll ich vorher selber noch Schattenboxen machen? Oder was hast du dir, wie hast du dir das vorgestellt? Hallo Leute, woher bist du? Germany. Oh, Germany. Ja. Hast du Twitch gesehen? Nein. YouTube? Ja. YouTube. Welcher ist dein Lieblings-Youtuber? Äh, Standard-Skill. Standard-Skill. Er ist Playstation-Spieler, richtig? Ja. Äh, welcher magst du dir auch? Ravenside. Ravy? Ravenside. Ja, ja. Äh, ja. Er ist sehr nett, aber ein bisschen retarded. Willkommen in der Elite von Miki-Pilzhaus. Nöger Platz. Ja. 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 Ja, ja. Wir machen in der Elite von Miki-Pilzhaus. Oh, jetzt geht's. Äh. Ja. Okay. Ja, ja. Ja, ja. I love you. Okay, wie kann der nicht tot sein? Wo will der Bruder denn hinfliegen? Jetzt ist er da einfach so in der Ecke, oder was? Verstehe ich nicht so ganz. Er hat halt einfach eine Ska und er ist sie nicht würdig. Was? Was? Ich wurde bei Fortnite gebannt, dann hast du dich wahrscheinlich nicht. Dann irgendwelche Regeln gehalten. Hm? Machst du wieder böse? Gib den Kleinen mal noch ein bisschen Milch. Der muss noch ein bisschen erwachsen werden. Hol mal die Milchflasche raus, Leute. Bevor ich hier einen Submode reinmache. Hol mal die Milchflasche raus. Hol mal die Milchflasche raus. Hol mal die Milchflasche raus. Was ist denn mit ihm? Und was ist es sobel? wir sind geil viele ah Äh, hä? Kein Kopf. Gut. Dass wir drüber gesprochen haben. Ach du Scheiße. Kannst du bitte sterben, oder? Digga, danke, Bruder. Dieser Modus. Wenn mein Weg blockt. Mhm. Kannst du mal stehen bleiben, oder? Okay. Digga, was? So, ich muss ganz kurz drücken. Warte mal hier bitte durchfahren. Danke. Willkommen in der Elite von Miki TV. Oh. Digga. Digga. Oh. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017